So, heute gehen wir mal in den Wald und mal ein bisschen gucken. Ah, und das hier ist der Trosthofer Wald. Wie man sieht, ist nicht viel los. Und wenn es hier schon ruhig ist, dann gefällt es mir am besten. Na, das ist zu langweilig. Da gehen wir klar rein. Okay. 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 So, jetzt kommt es ein bisschen weiter. Okay. Das war's. tja also wenn es hier geregnet hat also richtig heftig geregnet hat dann läuft hier schon ein ein bisschen mehr was er landet Und wieder ein Wald weg, aber ich habe es nicht mehr weit. Es ist übrigens Donnerstag, der 11. Juli 2013, nachmittags gegen halb drei. Sieh ein bisschen fertig aus, das liegt aber daran, dass ich dann seit 2 Uhr heute Nacht auf bin. Jetzt mal, wenn ihr die Arbeit so gefordert habt. Ja, jetzt gehen wir mal zu der Kulisse, wo ich jetzt gleich die zwei Videos drehe oder vielmehr drei und bin schon fast da. Wie man sieht. Haben das wohl einige auch schon gesehen und genutzt. Da oben liegt eine Wasserflasche, die ich schon hingelegt habe. Was finde ich denn da? Was ist das denn? Hat da jemand Holz gesammelt oder was? Hat da jemand faules Holz gesammelt? Schön. Da gehen wir mal mit, dann habe ich mal nichts zu suchen. Das ist der Platz, an dem ich die Videos drehen werde. Und da will ich die Kamera aufstellen mit meinem kleinen Gorilla Stativ. Dann wollen wir mal loslegen. Dann können wir die iantagegeln. Vielen Dank.